Hallo und herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein Garagenschloss und da ist die Feder kaputt. Der Kunde hat mir das hier geschickt. So, dann wollen wir mal gucken, was wir da ausrichten können. Eben einen Schraubendreher und die Schrauben wie immer in eine kleine Dose. So, dann haben wir hier einen Schlüssel. Der Kunde hat den Zylinder mitgeschickt. Sollte er nicht, macht nix. Zylinder ist raus. Dann haben wir hier, mal gucken. Ja, mal so machen. Da steht der Name drauf. Dann haben wir hier diesen kleinen Hebel. Das machen wir so, dass wir da irgendwas drunter legen. Mal so. So und einmal so. Dann können wir das Ganze hier aufmachen. So. Okay, das war die Feder, die hier drin liegt. Das war die hier. So, da hatte ich den Kunden gebeten, er sollte mir das schicken, damit ich da dementsprechend eine fertigen kann. Okay, dazu brauchen wir jetzt einmal den Messschieber. So, müssen wir uns die mal eben selber drehen. Hier haben wir ein Draht von 1,5 Millimeter und hier haben wir einen Durchmesser von knapp 9 Millimeter. Sollte er schon haben. Also 9 wird er auch gehen. Ja, 9 geht auch. Okay, so, nehmen wir ein Stück Draht und dann werde ich mal eben eine Feder machen. So. So, ich habe eine Feder gebogen. Das ist also diese hier. Die kommt jetzt da gleich hin. Und dann müsst ihr hier nur noch drunter passen. Ja, das mache ich mir jetzt. So, da habe ich sie noch mal ein bisschen nachgebogen. Die kommt jetzt hier also rein. So, was mache ich da? Den Deckel mal eben drauf. Das Einzige, was jetzt noch ist, die ist jetzt ein bisschen dicker. Die ist 2 Millimeter statt 1 Millimeter. Äh, 1,5. Geht hervorragend, sieht man hier. Ja, das war es von meiner Seite aus. Und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt. Und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Mal.